Hallo Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum Resident Evil Remake. Wir haben in der letzten Folge ominöse Zahlen gefunden, die in Öllampen, die durch Öllampen dargestellt wurden. Also nicht Zahlen, sondern Zahlen auf dem Billardbrett und die wurden dargestellt. In Öllampen waren dann die Symbole. So, wow! Okay, 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 okay. Ja. Das hatte ich völlig vergessen. Ich hab schon gefragt, warum hier eine Kiste steht. Gucken, wie angeschlagen sind wir denn? Oh, wir sind sehr angeschlagen. Kisten schieben lohnt sich nicht, my darling. Na doch, Kisten schieben lohnt sich. Wisst ihr was? Seit wir hier sind, haben wir noch gar nicht gespeichert. Ich denke, das machen wir zuerst mal. Ich weiß nicht, ob wir das Feuerzeug hier noch mal brauchen. Eine alte Schreibmaschine. Ja, das Farbband verwenden. Oha, dann speichern wir schon zum zehnten Mal. Na ja, gut. Aber es ist ja das erste Mal, dass ich das HD-Remake seit zig Jahren spiele. Allerdings habe ich jetzt schon Lust, mal wieder den Gamecube anzuschließen und einfach mal wieder eine Runde Resident Evil 2 zu spielen. Weil das ist mein absolutes Lieblings-Resident Evil. Teil 1 ist schön und gut. Es ist cool, es ist der Ursprung. Aber Resident Evil 2 ist, hier scheint es nichts Nützliches zu geben, ist absolut mein Lieblings Resident Evil. Weil man hat halt, mit Claire spielt man halt Part A und mit Leon dann Part B. Und bei jedem ist es halt irgendwie anders. Und ja, man kann das Spiel halt viermal durchspielen. Man kann dann auch mit Leon Part A und mit Claire Part B machen und dann spielt sich das wieder ein bisschen anders. Und erst macht es halt, finde ich persönlich, sehr... Ja, es erhöht den Wiederspielfaktor halt. Die Tür ist verschlossen. Auf dem Türschild steht Galerie. Ja. So. Da ist eine Karte von Residenz. Mitnehmen. Ja, machen wir mal. Es hat jetzt nicht nur Vorteile, dass wir diese Karte mitgenommen haben. Das ist ein Loch in der Wand. Genau. Sie sehen einen großen Bienenstock. So, genau deshalb hatte das jetzt nicht nur Vorteile, dass wir die Karte genommen haben. Aber es ist nicht notwendig, dass wir die Karte zerstören. Woa. Passt man einen Moment nicht auf und dann sowas. Jill. Jill. Barry, ich hörte jemanden sprechen. Oh, du hörst. Ja. Ja. Was hat dich entstanden? Ich werde dich Angst, nicht wahr? Aber nicht, ich bin okay. Aber ich denke, diese verrückte mansion hat mich auf meine Nerven. Insofern... Ich denke, ich gehe raus, ein bisschen frisches Wasser für ein Veränder. Keine Angst, ich werde nur ein bisschen frisches Wasser. Ich bin froh, dass ich ein paar Monster aus dem Weg werde. Ach, Barry. Was ist los mit Barry? Irgendetwas stimmt nicht. Hm. Okay, ich hatte gehofft, wir können wieder den Stöpsel ziehen. Wasser leckt aus dem Behälter, ja. Residenzschlüssel mitnehmen. Ich finde es immer cool, wie sie die Schlüssel halt immer so einpackt, dass man das nicht sofort sehen kann und man das dann immer erst prüfen muss. Die 2.001 sind eingraviert. Mhm. Da wissen wir doch sofort, wo uns das hinführt. Wow. Ah, von hinten können wir die Verteidigungsobjekte ja nicht benutzen. Stimmt ja. Naja, dann raus hier. Aber hat uns der Zombie jetzt voll angefangen. Ah, da geht noch was. Wir halten noch was aus. Bericht zu Pflanze 42 Vier Tage sind seit dem Unfall vergangen. Die Pflanze an Punkt 42 wächst noch immer erstaunlich schnell. Obwohl viele Aspekte dieser Pflanze unbekannt sind, wissen wir, dass der T-Virus im Vergleich zu anderen Pflanzen eine deutlich stärkere Wirkung auf sie hat. Der T-Virus hat sowohl Anatomie als auch Größe der Wirtspflanze grundlegend geändert. Der derzeitige Zustand erlaubt überhaupt keine Rückschlüsse auf die ursprüngliche Form mehr. Nichts auf Erden kommt ihm gleich. Wir haben festgestellt, dass Pflanze 42 zwei Quellen zur Aufnahme erforderlicher Nährstoffe hat. Eine Quelle sind die Wurzeln. Anscheinend sind die Wurzeln bis in den Keller vorgedrungen. Unmittelbar nach dem Unfall verlor ein Forscher den Verstand und zerstörte den Aquaring. Seither steht der Keller unter Wasser. Es ist wahrscheinlich, dass eine der Chemikalien im Wasser das enorme Wachstum von Pflanze 42 begünstigt. Wir konnten diese Chemikalie bislang noch nicht isolieren. Ein zwiebelartiger Teil der Pflanze 42 wurde an der Decke des Erdgeschosses entdeckt. Wir sind überzeugt, dass sie das Erdgeschoss durch die Belüftungsschächte erreichte. Unzählige lange Schlingen ragen aus der Zwiebel hervor. Wir nehmen an, dass diese Schlingen die zweite Methode zur Nährstoffaufnahme sind. Wenn Pflanze 42 ein Opfer wahrnimmt, fängt sie es in ihren Schlingen. Anschließend entziehen Sauger an den Schlingen dem Opfer sein Blut. Die Pflanze zeigt auch Intelligenz. Beim Fangen von Opfern oder im Ruhezustand winden die Schlingen sich um die Tür, um mögliche Eindringlinge fernzuhalten. Leider sind bereits eine Reihe unserer Wissenschaftler Pflanze 42 zum Opfer gefallen. Berichte der Überlebenden weisen alle eine Gemeinsamkeit auf. Wenn die einheitlichen blütenblattartigen Klappen sich öffnen und das Innere freigelegt wird, ist die Pflanze deutlich aggressiver. Ein Zeuge hatte den Eindruck, dass die Pflanze sich zu verteidigen versucht. Die Gründe für dieses Verhalten sind noch unbekannt. 21. Mai 1998 Henry Sarton So, wir haben hier einen Gang hinter den Regalen. Da gehen wir jetzt aber noch nicht runter, weil wir haben ja diesen Schlüssel mit 001 drauf gefunden. Und da würde ich halt gerne zuerst mal rein. Ich weiß nicht, ob das richtig ist, da zuerst reinzugehen. Wow, da sind die scheiß Bienen. Na? Boah, jetzt wäre es echt gemein, wenn mir die Steuerung da jetzt einen Strich durch die Rechnung macht. Wow. Das ist neu, dass da auch ein Loch ist. Ah, interessant. Oder habe ich die Kiste falsch gestellt? Okay, wir sind auf Warnung, das heißt, wir nehmen jetzt doch mal hier dieses Heilspray. Und wir nehmen auch noch... Weiß nicht, nehmen wir noch zusätzlich die Pistole mit? Ah. Es sind halt so viel Platz im Inventar weg, wisst ihr? Ja, wir hätten glaube ich echt... Wir hätten die Kiste anders stellen müssen. Wir hätten die Kiste vorne auf das kleine Loch stellen sollen. Und ähm... Danach, nachdem wir die äh... Kiste benutzt haben... Also hätten wir dann über die Doppelkiste quasi klettern sollen müssen. Na egal. Selbstverteidigungswaffe. Selbstmordbrief. 22. Juni 1998 Ich musste es tun. Wir rannten vor den Dingern weg und halfen einander zu überleben. Aber dann entwickelte Robert die Symptome. Ich musste es tun. Diese verfluchten Dinger sind bösartig. Es gab keine Alternative. In meiner Lage hätte er dasselbe getan. Nachdem ich ihn erlöst hatte, musste ich ihn im Bad zurücklassen. Nun bin ich wohl der Letzte. Wie konnte das geschehen? Ich werde mir meine Arbeit an diesem Projekt immer vorwerfen. Aber ich werde meine Strafe erhalten. Aus diesem Irrenhaus gibt es kein Entkommen. Es ist nur noch eine Frage der Zeit. Alles steht fest. Ich brauche nur den nötigen Mut. Da sich vieles unverändert lassen muss, bedauere ich sehr. Aber alles ist besser, als einer von denen zu werden. Bitte versteh mich und lass mich mein Leben als Mensch beenden. Auf der Rückseite steht eine Nachricht. Linda, bitte verzeih mir. So, 15 Schuss. Und nochmal 15 Schuss. Nicht, dass wir nicht noch schon genug Munition hätten. Ein alter Bücherschrank. Die Bücher handeln fast alle von Literatur und Philosophie. Ja, ist glaube ich wenig nützlich. Ah, super. Da ist wohl das Seil gerissen. Kann man nicht hier das Wasser ablassen an der Badewanne? Sie ist voller Schmutzwasser statt zu ziehen. Ja, bitte. Da ist etwas in der Badewanne. Kontrollraumschlüssel. Okay. Wow. Okay. So viel dazu. Klopapier, es ist verfärbt. Ja, super. Gut, dann haben wir hier alles. Ist ja doch gut, dass wir dann erst hier lang gegangen sind. Ah, ne, wir gehen jetzt nicht hier noch lang. Ne, 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 ne. Okay. Aber wisst ihr was, wir speichern nochmal. Sieht ja doch jetzt hier ein bisschen hin und her gelaufen. Also dann müssen wir hier einiges in die Kiste legen. Ich glaube ich bleib doch bei der Schrotflinte. Es ist hier, man muss hier sehr oft auf engem Raum navigieren. Und da ist es halt doch eher suboptimal. Die Selbstverteidigungswaffe ist auch ganz okay. Allerdings ist es halt eher so ein Ding, ja, äh, ein Schuss in Stärke der Magnum. Und das können wir dann auf Dauer halt, ja, können wir es nicht gebrauchen. Ist halt einfach nur eine Verschwendung von einem Inventarplatz. Eine alte Schreibmaschine. Sie können ihre Fortschritte speichern. Das Farbband verwenden. Ja. Daten werden übertragen, bitte warten. So, das Farbband wieder zurück in die Kiste. Und ab geht's. Ich meine, wir könnten das Ding ja jetzt nochmal wegschieben, die Kiste, aber... Ah, ne. Muss man nur gucken, dass wir nicht angeschlagen sind, wenn wir hier demnächst lang laufen. Und uns die Pflanze dann den Rest gibt. Das wäre natürlich mies. Ja, wir seht schon, momentan bilden wir uns ja alles ans Leder. Die Bienen. Ich glaube, gegen die Bienen können wir gar nichts tun. Wenn wir die abschießen, dann kommen durch das Loch einfach immer nach und nach neue. Da ist eine Leiter hinuntersteigen. Sollen wir mal gucken. Ah, okay. Wir bauen uns so eine Brücke. So rein Level-Design-technisch, frage ich mich. Ich meine, klar, natürlich ist jetzt ein Schieberätsel, Kistenrätsel, ja. Äh, soweit verstehe ich das. Aber seien wir doch mal ehrlich, jetzt, jetzt in der Realität, wer würde sein Gebäude so bauen? Wer würde, wer würde mitten, mitten in einem, in einem Kellergang hingehen und, äh... Ja, und da einfach halt jetzt was hinbauen. Also so einfach so ein Swimmingpool, sag ich jetzt mal, hinbauen. Ähm, was war eigentlich mit der Tür hier? Sie ist von der anderen Seite verschlossen. Ah ja, das war klar. Z was, yes, so clear. Das ist mein Denglish. Da müsst ihr mit klarkommen. Get over it! Okay, hier ist noch ein Kraut. Hm... Muss nochmal überlegen, ob wir das mitnehmen. Glaub ich das leere Buch erstmal noch... Ist das Buch tatsächlich leer? Ein Buch mit rotem Einwand. Ah, okay. Ja, das hätte ich tatsächlich erst in die Kiste legen können. Ja, zur Not kann man das grüne Kraut ja einnehmen. Ist dem Spiel ja egal, ob wir voll, voll regeneriert sind. Also ob wir auch voll im Leben sind. Oh mein Gott, heil! Ja, aber hier kommt ihr nicht hoch. Ah, okay. Wir legen den Kontrollraumschlüssel jetzt direkt ab. Wunderbar. Puh. Rote Lämmchen. Die Warnlampen deuten auf einen Notfall hin. Danke! Da wäre ich ja nicht drauf gekommen. Ne, ist immer gut, wenn man rote Warnlampen hat, die auf einen Notfall hindeuten. Eine Druckkammer. Mhm. Eine Fehlermeldung wird angezeigt. Bei Ablassen des Wassers muss etwas schief gegangen sein. Da ist ein Schalter zum Ablassen des Wassers. Drücken. Ja. Ablassen kann nicht fortgesetzt werden. Da ist ein Steuerhebel für Drückkummer, er lässt sich verstellen, wenn der Sicherheitsmechanismus gelöst ist. Okay. Reaching 30% of pressure threshold. Na, jetzt, äh, gerade macht mir die Steuerung hier Probleme. Ein Öldruckregler. Sie brauchen den Öldruck jetzt nicht zu ändern. Okay, wo muss ich denn dann hin? Reaching 50% of pressure threshold. Ablassen kann nicht fortgesetzt werden. Die Druckkammer ist verschlossen. Sicherheitsmechanismus lösen. Ja. Activate emergency drainage system immediately. Huh, okay, okay. Öldruckabfall. Okay, stellen Sie den Öldruck wieder her und lösen Sie den Sicherheitsmechanismus. Öldruckregler, welchen Schalter drücken? Äh. Äh. Okay, Sicherheitsmechanismus lösen. Bitte, 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 bitte. Uh. Okay. Okay. Ich denke, das war's. Ach, wir können das Wasser ablassen. Wunderbar. Puh, ich hatte gerade ein bisschen Panik, dass wir das nicht rechtzeitig schaffen. Das Wasser wurde vollständig abgelassen. Das Wasser wurde vollständig abgelassen. Ja, wunderbar. So, ja, Leute, ich würde sagen, dann haben wir diese spannende Stelle gemeistert. Und, äh, dann vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge. There we go.